Nero di Troia ist eine apulische Rebsorte, die leider aufgrund ihres niedrigen Ertrags und ihrer sensiblen Art in Vergessenheit geraten ist. Doch nicht bei der Cantine Theanum. Hier wird diese Rebsorte gehegt und gepflegt. Und das Schöne daran, das Ergebnis aus der Alterlinie kann sich mehr als sehen lassen. Ein dichter, saftiger, samtiger und verfruchtprotzender Wein, der aber auch seine eleganten Seiten zu zeigen vermag.